Vagina Ja, Hallihallo Freunde Willkommen zu Let's Play Together League of Legends Mit mir, Martin, Björn und Kevin Hi Und ich bin voll der Assi, weil ich mich zuerst genannt habe Aber egal Du bist der Assi, Jonas Red mal so ein bisschen hier so Sagen Björn geht mit Irelia in den Jungle Ich geh in die Mitte, Martin supportet Und warte mal, wer von beiden Kevin, du spielst Malfit Ja Alles klar Wo Ich würd gern zuerst die Wölfe machen Und dann den Blue Ähm, wo ist der Shop? Ach da Der steht da direkt vor dir Dieser Komische alte Yordle da Mir ist jetzt schon 27 Kommentare auf dem Video Oh mein Gott, was für ein Noob Ach Der Draven ist ein Noob, weil er nicht auf deinen Red Buff aufpasst Nicht auf deinen Red Buff aufpasst Ja, definitiv Äh, Kevin, kannst du dich da hinstellen? Ping tut man übrigens nur mit G-Links-Click Genau, und mit V G-Links-Click? G-Links-Click, genau Eigentlich muss ich noch ganz viele Sachen umstellen in der Steuerung, schaffe ich das noch? Nein Spielst du mit Smartcast oder ohne? Oh ne Ist jetzt wohl ohne Mit, 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 mit Smartcast macht gute Spieler kaputt So, Kevin, gleich musst du hierher kommen und mir ein bisschen die Creeps ein bisschen mit anhauen aus dem Jungle, aber nicht Lastwitten Okay Döp 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 Hm, jetzt ist Driven da Hurra, yay Und dieses, und dieses blonde Mädchen da in diesen Weihnachtsklamotten bin ich Ist ja nicht blond Ist ja nicht blond Doch, in diesem Skin ist sie, oh gut, na gut, nicht ganz, so ein bisschen braun-blond Ähm, was soll ich denn hier rüberkommen? Ja Ja Ah Soll ich denn skillen? Dein Ansicht nach? Ähm, den Q Aber ich glaub, den würd ich nicht auf die Wölfe hauen, kostet ein bisschen viel Mana Ne, den musst du auch nicht gegen die Creeps benutzen, das brauchen wir nicht Was denn, IQ? Ne, zuerst den Q Also der, linke, das so Ich hätt eigentlich schnell nicht ganz Einmal mein Messer durchwerfen und alle drei stehlen So, und hier jetzt auch noch ein bisschen, aber noch ein, zwei Sekunden Ja, jetzt kannst du einfach jetzt schon wieder los Geh jetzt wieder nach oben auf die Länge Och, kein Timo Und, Jee? Na, Pichy Oh, der Typ ist eklig In dem musst du sehr defensiv sein Der hat einen Skill, um Schaden zu machen Ja, einen Skill hat er, mit dem er Schaden macht und der macht wirklich Schaden Vier Euro Support, Roffel Was soll mir unbedingt ein Timo in die Mitte geben? Das ist doch cool Was heißt ja unbedingt, du bist Katharina gegen Timo, mach kaputt Warte, bis du Level 3 wirst, dann hau immer wieder eine Kombo rauf Ja, dann kaltet der mich aber tot Ach Quatsch Ja, gar nicht Du rennst auch weg, sobald du den Wege gezündet hast Auf Ärger aus Na gut Siehst du die Fäden sich auch grad selber, wollen wir den töten? In Timo? Äh, ja Klar, aber ich bin noch nicht Level, ich hab noch nicht mein, mein, äh, mein, äh, eh Okay Dann warte noch ein bisschen Warum? Weil ich es kann Kannst ja ein bisschen pushen lassen Tu aber sowas, weil wir es noch, was wollen Wir müssen so messen auf den Creep und sowas Ich habe mich in C Ach, warum bist du endlich Level 3? Da, okay So, jetzt bin ich Level 3 Okay, ich, ich versuch ihn ein bisschen so zu locken, so Kriegst du den? Schön Ja, so Good Job Du auch Timo in der Mitte, sowas sehe ich auch selten Ich probier mal Toplane, kann ich da ganken, oder? Im Moment siehst du ja nicht Ja, vielleicht versteckt er sich da oben Hat er, hat der Typ oder? Eine Damen und Herren, es sinkt für sie nur die Elo So Ne, er hat nur einen Ring Er hat nur einen Ring Es sinkt für sie das Elo, genau Genau, auch da Oh, sehr schön, einfach Strike verballert Killed ihn! Ich hab ihn gesklaut Ich hab ihn gesklaut Ich hab ihn gesklaut Frener in Frontier und gar... Ohhhh Lucky Counter Jungle So, war das ein Spiel? Ähm Soll ich den töten? Nee Na, der AP-Typ braucht eigentlich eher den Kill als der Tank Ach, lass jetzt Ach, sorry Wie gesagt, ich kenn das nicht, ne? Das ist nur noch einfacher Wenn ich gänke, gebe ich dem Laner eigentlich meistens gerne mal den Kill, aber... Du bist Katharina Du bist der AP, Mitte, Schimpf, das brauchst du schon Brauch nicht, sollte aber Ich hab grad dem KZX beide Buffs gegeben, passt auf Ach, der war hier unten Ich glaub, der steht im Busch Bin mir nicht ganz sicher Ich komm mal Es, es, es Gib da mal ein Wort hin, ne, ist weg Nee Ah Mach den eh zu deinen Neff Hang-Up-Creeps Oh, okay Wenn er da wär, lass ihn mal ganken gehen Okay, bleib nicht da Jetzt haben sie den jetzt richtig aufgetauscht Wollen wir angreifen? Ja, bei mir ist jetzt oben, äh, dieser Dieser Wichtel Rein, 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 sonst gibt der gleich eine Alpha-Shark und du stirbst Pass auf Ich pass auf Bin hier am Farmen Ich glaub, wir all deinen Farmen aus der Mitte Hallo, das ist gut Jetzt ist es gut, jetzt kannst du wieder abgehen Zum Einkauf muss ich weglaufen, ne? Zurück, ne? Ja, das gibt kein Kurier Pass auf P drücken Pass auf Irgendwo, wo du sicher bist Okay Da kannst du mit deinem Teleport wieder auf die Lane Wieso haben die eigentlich 4 Euro Support? Weil's keinen Sinn macht und schlecht ist Das geht Das geht Weiß nicht, wo er das Oh, hoppla Passt Der Typ ist eh gefiltert und hochgefarmt Twitch hat 11 Last Hits Ach, Draven kann auch nicht Last Hits Okay Der Mann hat auch 3 Kills Und der kann auch keine Äxte fangen Wieso spielt der einen Draven? Nochmal Mitte ganken? Ne Ne Also PS Er trifft alle und alle sind tot Ich kann's mal eben mitte halten Ja, nachdem ich hier den Golem gemacht hab Oh, lauf! Portricht! Nein, nein, nein! Was tust du? Was? Was? Ah! Oh! Du warst nicht mal schlechte Reaktionen Ja Ich hätt auch alles draufhauen können und er wär gestorben Ja Irgendwas hättest du tun können Nur nicht das Nur nicht das Unique Recall anmachen, nachdem du gesehen hast, dass es ankommt Na gut, nicht vielleicht gesehen hast, aber nachdem du hättest sehen können, dass es ankommt Ja, ja, ist gut Ja, ich weiß Ich wollte dich noch ein bisschen flamen Ich bin sowieso Da fällt mir irgendwie auf, dass ich vergessen hab, mein Dings zu scalen, mein Ulti Voll gemein ist das grad voll ungewohnt Du kriegst gleich nen Gang oben Vom Gegner Ich? Ja Mit dem Tower Okay, passt trotzdem auf Ich hab 1000 Gold, ich muss noch ausgeben Ist gut, du kannst abhauen, ist mal alles nicht Empfiehlst du mir was? Schuhe Ah ja, stimmt Sinnvoll Ähm Ist halt nicht alle flamen dafür, egal was ich jetzt sage, aber Hol dir mal Hol dir mal Die Ionias Schuhe? Ne, Ionias Schuhe von was weiß ich halt, diese Cooldown Schuhe Warum? Weitere Flamen Du kannst es kaufen, wenn du direkt neben dem Shop stehst Geh erstmal back Ach, mein Kuja Schuhe, okay, das wusste ich ja nicht, ne? Timo ist Timo eigentlich Ich hab keine Ahnung Ich hab keine Ahnung Also die 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 1050 kosten Auf Erja aus Die kosten 1200 Die Ne, das sind die anderen Nicht Mako, sondern Ionias Achso Okay Du wirst tankt, äh, die Mako Schuhe bringen, dass Stunts weniger halten und du wirst tankt, wenn die nicht Stunts haben, haben wir sowieso nicht Warte, die kann ich einsetzen? Die sind aktiv, ne? Warte, warte, du bist ja gar nicht Hm? Ne, es gibt keine aktiven Schuhe Die verringen einfach alle deine Cooldowns Okay Da kommt ein Yi Da kommt ein Yi Da kommt ein Yi Ja, ich sieh's da, ich sieh's da Das kaputt machen Oh, sehr schön Gerade noch in die Reichweite Los Yi, greif mich an, greif mich an Komm her, put, 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 put So, da ist das Strike is out Ups, das war, das war richtig dumm von mir Oh, das war so ne Ulti, hey Hey, das sind meine Last Hits hier Hä? Hä? Was ist das? Hey Alex, ja wir holen dich ab Ja, weiß ich nicht, irgendwann Weiß ich wirklich nicht Scheiße! Ja und so Reich 3 oder so Bis dann Scheiße Oh, ich wollte dem K6 den Kill geben Ach ist das schön, ich verliere kein Gold mehr Wieso? Falls es hier los ist und nicht Tote Ah Ist das schön Hm, was macht dann eigentlich mein Ulti? Dann springst du im Gebiet und wirfst alles los, was da in dem Gebiet drin ist Okay Das macht ganz gut Schaden und du kannst dich sehr weit damit bewegen Das ist halt ein Teil deiner großen Combo, wenn du, lass mal eben auf den Gegner töten Also, wart noch eben auf mich Okay Mann, APG in der Mitte ist kacke Der Konter hat meine gesamte Ulti aus Naja, nicht unbedingt Na gut, ich kann ihm Heilungs-Debuff geben, aber trotzdem Bist du unsichtbar? Hm? Ne Okay, warte ich nicht da grad, ne? Ne, der hat hier seine Pilze hingelegt, die mich dann, äh, enttarnen, wenn ich da langlaufe Achso Der hat jetzt gesehen, dass ich ankommen wollte Jonas, ich glaub, du wirst gedeift demnächst Glaube ich auch Sieht nur so ein bisschen so aus Das gefühlt K6-Punkt gleich an Vielleicht, vielleicht auch nicht Hat er seine Flügel geskillt? Oder was wird er als erst genommen? Ein lieber Björn, der mir helfen will Darf ich? Okay, nimm dir Boom Oh mein Gott, der hat mich angegriffen Los, komm her, komm her, K6 Komm her, ich kann nicht stunnen Ich kann nicht stunnen Nein, nicht du nur so Los Komm süßer, K6 Komm her Bout 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 Oh, beschießt den Tower Wattlein fehlt War das ein Steel? Nö Du bist, du bist Katharina Sorry Hol dir ein Gunblade, passt schon Der Twitch fehlt immer noch Ich kann immer noch stunnen Komm her Twitch Komm her Komm her Insofern Wenn du als erstes drauf gehst Also wenn er nicht vom drauf geht Also wenn er unterm Turm ist, renne ich weg Pass auf Nö, ist ja Du möchtest das ganze noch ein bisschen weiter ausreizen Und dann mit dem E auf den letzten Creep dann Und dann wieder zurückrennen Kannst eigentlich schreit mir im Platz Ja, aber den E Nachher brauche ich den E Denn das ist der Hof Okay, das war blöd Ich wäre auch ungern irgendwie reingegangen Ja, ich glaube, wir sollten uns beide mal Wir haben beide wenig Leben zurückzuziehen Ja Okay Wolle ich um, äh, 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 der Button hat Wenn du möchtest Achst du schon Auf Ärger Aber sonst hol dir lieber Erfahrung Okay Scheiße, ich bin tot Ich hab dir gesagt, geh zurück Der Typ macht halt doch viel zu, was kein ist Counter-Jungling Das, na gut Wer weiß jetzt, ich rede der Spieler Aber sonst würde es halt nicht klappen Da kommt ein Ding, äh, wie heißt das? Da ich besuchen will K6 So, hat Angst vor mir Sehe ich, finde ich super Okay, Draven kann ausweichen Das heißt, wir haben schon mal einen Riesenvorteil Was war das denn für ein Sprung? Rein einfach, Stummfette, genau Spring zu, Alistar, spring zu Alistar Mach's mich? Ah, ja, da wär ich, ah, ah Boom Sorry Kein Ding Spring zu den Creeps Sonst macht die gleich seinen Alpha Strike auf Alistar, Alistar, genau Das war fast ein Teamkill geworden Warum holt er, ach ne, das ist unser Draven Ich dachte, es ist schon weg Pass auf, Kevin Den Creeps du nicht Das hat ein Blendenfall Dann kannst du mir keinen Schaden machen Ich geh jetzt zu dem Tower, oder? Ja, mach ich mal Oh man, das Double Strike Tja Wenn das geplant war, dann war es ein guter G Wenn das ungeplant war, dann war es ein normaler G Yeah, Dreierschuhe Und irgendwie ist es wie immer Ich bin mit Katharina sau schlecht gefahren Nein, wir sind zu viele Gegner Na 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 Bleiben wir eine Art von LifeRayc auch kaufen ja ne? LifeRayc ist dieses Spiel nicht so gut also, ne, eher nicht okay die war machst du auch schon ganz cool schon es hat aber nicht mal annähernd so viel wie er ein freck im in dota ich gehe noch mal an die geworden keine ahnung ich glaube in dem vierer ist nicht so dass wir jetzt die worden hier glaube ich wurde für die aber wer 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 ist längst 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 das tust du was wir haben er hat sich gesagt mehr deswegen sagt doch links weißt du das war blöd wieso in zwei sekunden hätte ich ihn gestunnt geslowt alles und du drehst dich auf einmal um und stirbst gegen ihn gleich bin ich sicher zeit mich umzudrehen und zu sterben er ist hier lang gerannt und ich bin da lang gerannt dann ist er zurückgesprungen und dann er ist nicht zurückgesprungen er hat seine unsichtbarkeit benutzt und dann hast du dich umgedreht ich dachte er rennt hier lang unterhalb also und dann bin ich in deine richtung gerannt das war aber nicht cool ich war schneller als er du hättest einfach noch weiter rennen müssen und dann wirst du sicher ich will creeps den einen lass mich den creep den einen ich hätte auch schon den drang zu weil ich es kann ach ichuring dir nicht ich arte um dass der aber im stress carrot die die h durfte es ist es ist nicht ich Und zieh ich mich jetzt schon zurück. Oh, ganz knapp. Ist da irgendwo auch oben was? Ich hab grad keinen Plan, wo K6 rumläuft. Und ich hau ab. Das ist wohl das Beste. Genau, let's hau ab. Let's hau ab. Genau. Abhauing ist eine sehr gute Strategie. Genau. Better than forbindete hauing. Besser als sterbing, ne? Sterbing ist immer sehr... ...shitty. Genau. Let's go sterbing. Let's go sterbing. Mann. Mittels 2 SS, ne? Ja. Mittels 2 SS-ing. Gott. Das weiß ich mal lieber auch. SS! SS-ing. Ja, genau. Genau. Hm. Hey, cool, sie hab ich mir beim Blu da gelassen. Nein, du kriegst kein Blu. Ich will den auch gar nicht. Danke. Ich geh lieber da Timo ganken. Weil Katharina, die braucht wirklich überhaupt... ...das ist an der Winning-Termine überhaupt kein Blu. Ich schwimm mit den meisten mit... ...meistens... ...kein Blu. Scheiße. Das heißt kacke. Okay, ein bisschen zu spät, aber... ...die Idee war gut. Tower. Ja, ich hatte ein Lag. Bei mir auch so. Du musst ja jetzt gar nicht in die Mitte deffen, die ist noch eine Weile hin. Na gut, die kann vielleicht ein bisschen den Turm angriffen, aber... Blut für Anoxo! Alles miss. Oh, stimmt, das war ne Timo-Lane, nicht in den Bursch-Rennen. Hallo, ich hau einfach ab. Ja. Viel Spaß mit dem, pass auf, der ist sehr stark. Und unsere Mitte fällt. Na... Liegt daran, dass ich die ganze Zeit irgendwie rumrenne und ganke. Und jetzt kann ich auch nicht weiterfarmen. Weil hierher counter-junglen geht. Pass auf, auf der Top-Lane, da kommen sie gleich alle. Halle? Na, zu zweit. Trotzdem. Tower ist stärker, als du denkst. Du kannst ihn jetzt einfach hauen. Wenn du dich zurückhauen willst, kriegst du Schaden und Ende. Mal einen Drache. Oh, ich geh mal helfen. Ich bin nicht mehr da mit meinem... ähm... Smite. Wollt ihr mir ein Smile auch nicht da? Kriegst du nicht? Na, nicht da rein. Ich geh halt ja... Smite-Pile... Smite-Pile neu so. Mein erstes Spiel in Season 3. Echt? Ich glaub schon. Oh, ich will immer shoppen gehen. Soweit ich das Geld dafür hab. Aber man kann hier ja nicht Fan-Kampf shoppen. Fan-Kampf shoppen, wow. Hahaha. Was für ein Begriff. Ha, meine Creeps. Nix da. G-G. Hab ich gewonnen? Das jetzt eine LB-Lebert war? Ja, keine Ahnung. Das war doch eher recht undramatisch. Das war, ja, nicht so spannend. Okay, wir können ja vielleicht noch ne Runde aufnehmen. Ich lad das trotzdem mal hoch. Jo. Okay, dann sagen wir ihm alle tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Tschüss!